Die Augen des Grafen glänzten, als er sagte Hören Sie, die Kinder der Nacht Was für eine Musik sie machen Was für ein Mensch ist das? Oder besser, was für eine Kreatur mit dem Aussehen eines Menschen Ich spüre, wie mich der Schrecken dieses grässlichen Ortes überwältigt Ich fürchte mich, ich fürchte mich entsetzlich Nirgends, mit Ausnahme der Fenster, ist ein Ausgang aus dem Schloss gelassen Das Schloss ist ein richtiges Gefängnis und ich bin der Gefangene? Ja, er ist jung und stark! Es bleiben Küsse für uns alle! R.N.C. Ganz in der Nähe erklang das Heulen zahlreicher Wölfe Es war fast, als ob das Geheul auf die Bewegung seiner Hand hin aufsprang Gerade wie die Musik eines großen Orchesters auf den Taktschlag des Dirigenten hin loszubrechen scheint Ich wollte mit der scharfen Kante in das verhasste Gesicht schlagen Doch in diesem Moment drehte der Graf den Kopf und richtete seine lodernden grässlichen Basilisten Augen auf mich Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020